so willkommen bei mal wieder und zu einer weiteren folge abiotik faktor mit stone jetzt eigentlich haben wir können uns selbst schaden machen oder nicht so ein bisschen oft noch die base ein bisschen ordnung gemacht ein paar kisten gesammelt also noch mal hin platziert und so weiter habe ich schon immer so gerannt also bin ich schon immer so mit den arm so und wird am fuchtel das sind ja glasstücke ob er ist wieder da er lässt er hier mal okay was er hat nur Schrott bei ihm noch was sind ja da ist sogar noch was drin versetzt sich entspannt ich habe nichts zu trinken ich habe drei dosen mitgenommen meine wasserflaschen sind alle lernen ich habe da nichts mehr und ich weiß auch noch nicht genau wie wir aus diesem dreckigen wasser irgendwie vernünftig gutes wasser machen mit einer kochen wird das nicht ja ich meine da kommt einfach zu wenig bei rum also du kriegst eine ganz kleine menge wo sie schon da okay also denkt wir haben das hacking tool stufe 2 haben auf jeden fall ich weiß nicht ob irgendwo was war schon wo ich habe wieder ein die ab zu machen besser kautchen und schießen glaube ich habe es er hat immer das gleiche und diesmal da gar nichts außer glasstücke was haben wir haben wir jetzt hier nicht das ding aufgemacht hier vorne das noch ein gegner zwei wo bist du ich bin auch hier die können wir gegeneinander die art deswegen da schießt naja ist auch tot ich hatte ja schon mal eine ja aber durch dadurch dass sie gestorben sind habe ich die verloren gehabt ist untergefallen plastik einmal war neue idee provisorische toilette ich glaube hier könnte mal so ein kleines lager bauen was machst du ja das sind die zwei davon zwei davon ja ich bin immer noch wo die wo die einer ist tot ok ist auch tot ich höre irgendwas also man könnte teilweise hier auch irgendwie hast du das hier ist zumindest hier ist zumindest auch noch so ein dosenautomat hier waren wir schon wir waren überall schon aber hier ist nicht zu trinken naja das bei mir wo ist wo ist er hinten wo ist er hin unten ähm kennen wir die e-mail schon Evidence warte mal kurz ja ich glaube haben wir schon mal gelesen Ups, ups, ich habe meine Maus zu füllen. Oh, da ist der Ende weh. Nice. Okay, warte kurz. Ich brauche unbedingt eigentlich Wasser. Ja, die Frage ist nur, wo? Ja, wir können doch erstmal weitergehen, weil hier konnte ich nirgends vor das Hacking. Aber hier ist zumindest Snacks und... Warte, ich esse auch nochmal Tomate. Brauchst du auch noch? Ne, ne, ich habe drei Dosen. Ich habe drei Dosen. Das ist leer. Das ist leer. Alles, man hat MONEY genommen. Shut up and take my money. Das zweite Mal. Guck mal, die hat sich sogar hingestellt. Warte, ich muss noch was zuerst nehmen. Ja. Ja, ich habe auch noch einen Snack. Alles klar. Also irgendwo müssten, mussten wir ja hacken können, ne? Ja, da waren Level zwei. Pass auf, das wird alles voll, alles voll. Bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt noch mal. Oh, das ist noch ein bisschen. Oh, das ist noch ein bisschen. Was ist denn hier? Das ist noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen. so ich bin mal kurz dahin ich leite danach die nachladen ist so lange also ich habe auch die piste aber nach ja 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 Die Waffenranaten! Die Waffenranaten! Die Waffenranaten! Ja! Ja! Nothing would remain! Ja! Pistol! Ja! 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 Äh! 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 Hat er besser genutzt, oder? Äh! Hier ist noch 9 mm ammo. Achso, ja! Ich seh! Ja gut, mit der hat man zumindest 9 oder 8 Schuss oder so. Äh! Hier ist noch 9 mm ammo. Ja! Äh! Hast du die genommen, oder wo? Äh! Die liegt noch bei den... Oh, hier! Die musst du auch mal nehmen. Ich glaube, du hast einen Helmet. Du hast einen Helmet da? Du meinst du? Nee, so einen Helm hab ich nicht. Aber ich hab den sanitäter Helm doch. Äh! 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 Nee, hier! Guck mal! Wenn du dies hast... Wo kommst du... Oh, die zählen? Äh! Wir haben beim Tragen mehr erfahrung für Genauigkeit und nachladen. Ah, okay. Ja, ich lass doch mal auf. Hast du noch, äh, die Schrot ammo? Schrot ammo? Ja. Ja. Was? Ich bin vorbereitet. Nichts. Hier kann man doch nichts mehr drücken, ne? Hier mal. So. Okay, bewegt sich nicht die Tür? Ja, verlau. Ja, verlau. Jetzt muss mein Charakter... auf Klo. Jetzt muss der auf Klo? Ja, ja. Ja. Oh, dear. I don't feel right at all. Sehr richtig. Warum kotze ich mir denn hier rum? Hast du J-Tabletten bei? Äh, nee. Oh, das muss jetzt auch. Scheiße. Wieso war ich denn einer großen Menge Strahlung ausgesetzt? Oh, scheiße. Ich muss dringend hier hoch. Warte mal, hier ist Hacking Tools 2. Oh, mein... So, ich hab das Ding jetzt ehrlich aufgemacht. Ich bin aber... Ich bin kurz vor der Dehydrierung. Oh, scheiße. Ich bin gestorben. Du bist gerade gestorben? Ja, wegen bebrochener Maschine und... Nein, die echt. Ja. Wo kam denn jetzt die... die... die Strahlung her? Das ist die ganze Area da. Das grüne Zeug. Warte mal kurz. Sehr ruhig. Verstrahlt bin ich. Hast du die Tram geholt oder was? Ja, warte mal. Und die Tram-Gold-Gerbe zurück und nehmen. Und die Tablette mit. Ja, das wär nice. Das wär nice. Oh Gott. Oh Gott, ich kotze hier alles vollstauen. Ich kotze hier alles voll. Hier, ich kotze hier alles. Ja, komm. Komm, shut up and take my money. Du snack-automat. Nein, was? Da. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Da. Ich kenne mich nicht wirklich gut. Ja, komm, 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 komm. Äh. um er hat es nicht wer hat sich nicht schon wie alles in mich immer so nennen 2 die Gäste schluss mein Gott ab so ein bisschen unterwegs genau direkt ich bin verhungern ich bin verhungern ein paar jahre ab dem kommt der Manni dass der Autobahn ist komplett leer ich habe den Leer gefressen ich bin verdursten auch kurz meinen wie holt du holt irgendwas ich dachte bis jetzt da oben ist ja hier kommt der Rampo bis zu da oben warum bist du nicht bei mir er ich bin er hat aber ich wusste muss er das auch nicht so war doch nicht so war er ich bin ich bin überhaupt jetzt schon er hat es muss werden ja mein gott okay mir geht es auf jeden fall scheiße sehr durstig sehr hungrig ich muss einmal nach hause ja ok gehen nach hause und da auch wo kam die strahlung denn her verdammt i believe i need to defecate ja ich dachte seit wann seit wann wat ich dachte man kann schießen auf die hände die die loot droppt weißt du das glaubt er weg aber er war sofort warte mal ich probiere dann nochmal mit zweimal wasser hier roma kp wie jetzt bin ich zu schwer oder was ach ich hab keine ausdauer so wir kommen jetzt oh 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 falsche raum falsche raum ne falsche raum falsche raum here we go okay hier ist alles safe das ist schön das ist ich bin du meinst bei dir ist nicht safe ne ne ich bin ums rambelt wie heißt man äh umgezingelt umzingelt das ist nicht gut die kommen auch noch hoch hier so was mal zu trinken haben wir jetzt glaube ich ja nichts mehr ich stebe fast wieder da hat es der wie laut der dort echt zu lange der dort echt zu lange so rucksack da rein zack 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 hier habe ich eh nichts so wir haben ja ein bisschen sortiert hier so metallschrutt alles da rein bei uns fehlen wirklich äh ducktapes ne also hier klebeband da ich glaube die nehme ich mit ey warte mal warte mal wir haben irgendeine idee für ein plastikklo es hat so ein provisorische toilette dann können wir die vielleicht immer mitnehmen so ein campingklo das kennst du auch als hollander nein nein so warte mal stoff fetzen und bewegt bewährungsstab hier wo ist der aber so 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 jetzt habe ich die plastik toilette hergestellt ist die jetzt kann ich auch wieder abbauen dann heute mal so 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 dann holt zum auch so glaube ich 2024 das so 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 Ammos. Wo sind denn die Waffen jetzt hier? Papierfetzen. Das konnten wir locker herstellen. Ach, das war Magnum-Munition. Warte mal. Was? Ach, das ist Zement, was ich habe. Shit. Das wären Bücher. Da sind Bücher. So, was mache ich? What's that? Wir kommen in... Oh! Arbeitsverkunde. Schraubenschachtel. Können wir jetzt Schraubenschachteln selbst herstellen? Schraubenschachteln mit einem Metallhaufen. So, ich bring dir was mit. Ich bring dir alles mit. Wenn ich jetzt irgendwie Metall finde hier. Metall und Schrott natürlich. Wie viel brauchst du denn? Wie viel Moni? Jetzt habt noch... Äh... Scherze. Und wir sind hier noch zweig. Oder? Und sei denn, nein. Ist der weg? So, erst mal Paper dahin. Metall und Schrott. I'm tired. Oh Gott, jetzt ist er auch noch tired. So eine Ladestation gepackt hat. Ich hab übrigens auch einen Metall-Eimer gefunden. So, ich hab genug Munition, ne? Oh Gott, mir geht's so scheiße, ne? Mir geht's richtig kacke. Und ich weiß gar nicht, wo die Strahlung jetzt genau herkam. Wir brauchen noch so ein Fiber-Optik-Cable. Fiber-Optik? Glasfaser? Ja. Ja, Glasfaser. Da kann man hier die ganze Grün nicht fest, glaube ich, mit regulieren. So. So brauchst du eigentlich Essen? Einen Essen würde nice sein, muss ich nicht so bedenken. Okay, aber ich hab ich mit. Meine Waffe ist fast kaputt. Wir haben immer noch kein Ducktape, weil wir kein Initial haben oder so. Hier die Pflanzen gehen ein, weil sie kein Wasser haben. Super Tomaten. Egal. Pflanzen, die müssen klarkommen. Oh. Aber irgendwas muss mit der Wasserversorgung noch sein, weil das kann nicht sein, dass wir hier ja wirklich nur auf diese Dinger angewiesen sind. Oder hab ich im Kampf aus Versehen von dem Wasser getrunken? Das wär's. Das wär's. Nee. Whoa. Ich setze mich mal lieber hin. Ich bin fast aus der Tram geflogen hier. Oh Gott. Ich glaube, ich muss doch noch einmal drauf sehen. Oh, nein, zwei, zwei, nein, nein. Stone. Oh, ich bin... ich bin... die Hörerin ja auch, ich bin tot. Ich... das ist Wahnsinn. Da sind drei Leute da. Ich komme zurück. Du kommst zurück? Ja, ich bin nicht tot. Die normalen Weiteren sind nicht weg. Komm, dann zurück. Es ist absolut krass, Birien. Okay, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, wenn ich hier bleibe. Bleib. Gerade. Binnen. Jetzt ist da hinten auch der... 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 ähm... der Sicherheitsrobot ist jetzt auch aktiv da. Nafja, do you see anything? Na, wenn man stirbt, muss man auch nicht mehr auf dem Klo. Ist gut zu wissen. Wieso sind hier vorne wieder Gegner? Ich frage mich, wieso... sind hier wirklich wieder die Gegner, ne? Ja, so lange die gute Loot-Troppen. Bin, ho, der Weg. Oh, ich schaff mich, ich schaff mich, ich schaff mich, schaff mich. Fuck, ich schaff mich, die... Ich schaff mich, die Schieber. Ich schaff mich. Ich glaube, in Nahkampf braucht man jetzt nicht so wirklich kommen, hier bei dem. Wo bist du denn? Wo bist du das nicht? Ich bin hier oben, komm. Wo bist du? Ich bin hier oben, die Rampe hoch. Hey, go, go, go. Die kommt auf. Pass auf. Oh, die ist hinterher. Die kommt zurück. Noch ein bisschen Ammo, nämlich. Kam da jetzt noch ein dritter? Nein, nein, nein. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Wo bist du? Ich bin noch auf der Rampe. Okay, der Sicherheitsrobot schießt da auch, also ich weiß nicht. Ja, gib mir ein bisschen Ammo. Ja, ich lass fallen. Ja. 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 Auf wem schießen den jetzt? Ja. Auf einen anderen. Ah, war ein Headshot. Oh, oh. Bitte schau. Schon unterwegs... Drum geht's an... da ist tot wieder stoff jetzt ansonsten haben sie jetzt kein gut da gelassen ich habe schon militärrucksack so waren jetzt ein staff ich habe keine tasche aber so viel ist die strahlung da ist die strahlung drin da hast du verbände verbände ja verbände ja brauchst du welche ja auch keine ich sterbe sonst ja komm komm wo bist du denn hier runter hier runter brauchen wir den strahlen anzug oder was was man es ist hektisch wo bist du mit einem 9 mm und was ich bin ich bin der gefolgt hier liegt auch irgendwie so ein rucksack er in sagt er das ist er darum du bist doch ich bin schon wieder tot du bist wir springen hoch wo ist er baut durch jetzt hast du natürlich meine verbände die legen da dann muss komm sterb endlich verdammte höhle So, dritte Verschätzung. Oh, 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 jetzt hat er mir aber ordentlich ein paar mitgegeben. Die Frage ist, komm mal auch. Geh zurück! Hat jemand anderes ein bisschen... Ach du bist das so? Ja! Hier, komm mit! Ja, warte, da oben ist doch einer! Oder? Ja, ignore dich! Warte, der ist gleich tot, gleich hab ich ihn. Oh, 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 ich muss so meine Rucksack kommen. Wo ist er hin? Oh, mein Schottie ist broken. Was ist jetzt der Granate? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Bist du tot? Was? Ich muss weg hier, Sound, ich muss weg hier! Oh, fuck, der macht mich, der macht mich platt! Oh, mein Schott! Oh, mein Schott! Oh, mein Schott! Was ist hier los? Oh, mein Schott! Kann ich Dir nochmal eben schnell, war?! A3! Oh, 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 oh! Oh, 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 3! Ich bin tot! Ich bin tot, oder? Was ist denn? ich kann nicht bis sind die da in deiner nähe oder was wie jetzt noch die wieder weg denn bei der kaffee mich hier raus wieviel sekunders ja auch jetzt haben wir noch was gebrochen alle items sind gebrochen ich weiß nicht das ist ja schon ziemlich hart ich glaube wir müssen da irgendwie ein bisschen system vorgehen wir müssen hier rein machen und was für eine spritze medica spritzer pass auf hier ich will sind denn da da ist dann da kommt ein ja da kommen drei stückstunden 1 tot, 1 tot, 2 tot, ne, ja, das ist ein Sniper, pass auf, hier sind 9mm, fahm drüber, die Canopy, oh, 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 ja, Sniper hat mich, achso, bist du noch am Leben, ja, noch bin ich am Leben, hier, nimm den, ich hab, ich hab ein bisschen 9mm, warte, da ist hier noch was, das ist ja nur ein Sniper, so ein Wichser, sauber hatte ich, ach, da hin, äh, wir haben mich erwischt, ganz hinter die Säule, ganz hinter die Säule, Ach, hat man gar keine Zeit, da ist noch ein, was ist denn die Bürokantine, ja, wir haben wir gestellt beim Kaffee trinken, oh Gott, komm, ich sag mal Bett, ja, okay, das Ding, ja, das ist alles, geht kaputt und wir haben immer noch kein, ähm, Dub-Tap, ja, immer noch kein Dub-Tap, klicken wir wann, ja, wobei ich mich echt frage, ob ich nicht doch wieder ein paar Bolzen mitnehmen haben sollte, anstatt Nahkampf, weil im Nahkampf ist das auch keine gute Idee, äh, ich muss sagen, die, äh, Waffe ging ziemlich schnell kaputt, war so, darf ich meinen, große Hammer nicht benutzt, bist du hier? Ich bin eben zu Hause, ne? Ja, da warte ich noch, gehen. Ah, Sicherheitspistole mit Taschenlampe kann man sogar machen. Okay. Spritze mit Pentensäure, na gut, das ist auch einfach. Teströhrchen, Antiversumgetreide und Biomüll, für so ne Heilspritze. Was ist das denn? Schädlingsattrappe. Stromgehäuse. Ich hab da auch irgendwas mit diesem Hacktool 2 aufgemacht, ne? Das, das safe. Ähm, wir müssen vielleicht auch mal gucken, vielleicht müssen wir auch ein paar Sachen irgendwie, zerstören, dann kriegen wir vielleicht, was kriegen wir daraus nur Technikteile, ne? Ja, wir müssen, wir machen es einfacher, wenn wir die, äh, Waffe, Fever. Dann werden wir die ganze Area. Meinst du? Oder im Brücke geht auch, dann auch. Naja, warte mal, ich gucke gerade mal, aber wir kriegen ja nix, wo diese Flüge... Ah, da kriege ich ein Ducktape her, aber dann hab ich das kaputt gemacht. Wo ist denn dieses Scheiß-Ethenol? Ne, das kann doch nicht so schwer sein, verdammt. Alles. Ducktape. Eine starke Chemikalien, die für die Herstellung verwendet wird. Ja, supergeil. Supergeil. Naja, so bist du schon wieder los zu deiner Taschenleute? Ne, ne, ich warte, ne. Nein, den Trump. Muss du nicht krank? Muss man da はい? Ne, nein, wenn es geht. Also der Trump? Ne, ne, nein. Ne, nein, wenn es wird. Dann, wenn es sich redet. irgendwie wir kommen aus dem tritt hier ist da und wir verlieren den anschluss unsere ganzen sachen gehen kaputt wir kriegen kein takt mehr und sollte das sieht richtig übel aus was du trinken und und essen mit eben ein berg da ich habe noch wasser woher hast du denn wasser da war was aber ein bisschen wasser deswegen bin ich gestorben das verbreitet das war so haben wir gewünftet vielen dank fürs zusehen über like abo und kommentare würden uns freuen und 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 und